So, ich hab jetzt noch mal eben die Aufnahme neu gestartet, bevor das hier asynchron wird oder so, das muss ich halt nicht machen. Doch, nie, war crashen einfacher. Booyah! Ja, das wissen wir. Das ist genau selbem Stand bei mir, als ich meinen Führerschein bekommen habe. Das wurde auch schon mit deinem Gericht. So bitte, und jetzt fahren wir irgendwas weg, weg von mir! Lass mich in Ruhe! Weiche von dir, Dämon! Ja, der Vorgang läuft! Völlig! Oh mein Gott, ah, dieser Deutsch! Dieser Deutsch! Was alle tot sind, also Piloten und so, außer mir! Bisschen komisch, ne? Komisch mit deutschen! Ich bin nämlich zwei Pistolen! Mach mich wieder englisch! Ich bin nämlich zwei Pistolen! Mägt mir englisch! Ah, Moment, ich hab da falsche Waffe! Ach, scheiß drauf! Wenn wir's auf die Brücke schaffen, kommen wir bestimmt! Sind wir hier durch? Naja, ne, hier durch! Nee! Folgt der, dem backenden Arsch! Oh je! Wartet auf mir! Muss auch nicht herkommen! Oh mein Gott, da ist ein Infizierter! Ein Zivirter! Hier sind glaube ich mehrere infiziert! Ein Zivirter! Na, ihr kleinen Bitches! Ja! Oh, hier ist ein Granatwerfer! Ja, tschüss! Möchte jemand einen Granatwerfer haben? Heute ganz kostenlos! Ein Schenke-Spiel! Ich möchte es aber nicht haben! Pass auf! Nee! Was ist denn das? Mann, Mann, Mann! Typisch Tino! Ja, ich stehe nicht so sehr auf mich! Na? Ah, wer macht das die ganze Zeit? Was? Was? Wer hat diesen Granatwerfer? Ich hab den Granatwerfer vorhin da hinten gefunden! Ah! Aber ich benutzen! Weil ich meine Maschinenpistole habe! Alter! Alter, was ist hier los? Was ist das hier los? Meine Güte! Hier explodiert alles, was zum Teufel ist hier los! Ich hab keinen Bock mehr, das ist nur zu viel! Hehehe! Jetzt war ich gegen die Wand geracht! Hä? Charging! Ah! Der sprang mir nur entgegen grad! Wow! Ich muss also Zeit verschaffen! Oh, hier ist ein Monster-Toff! Moment! Nimm mal mit! Feuer! Waffen! Feuer! Feuer! Ich bin bei Adrenalin! Könnten nützlich sein! Lassen Sie mich Arzt! Ich bin durch! Ey! Jetzt geht's! Irgendeiner fehlt doch hier schon wieder! Der Alte kommt mir so schnell hinterher! Hier sind noch, ich glaube, Pillen. Ja gut, jetzt nicht mehr. Hehehe! Granate! Hunter! Nicht dahin gehen, Dennis! Nicht dahin gehen! Deine Granate! Schon weg! Geist! Ouhh! Ohohoi! War ich ein Kleinstrapö hoch! Heaaaa! Scheiße, die Rolle kriegt ein Strap22! Hilfe! Okay, jetzt meine Damen und Herren! Geist! Geist! Nein! Kein! Zombie! Was? Zero, 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 rocket jump! Oh Gott! Ähm, ich häng ihm am Schiff. Ich rede nicht! Ich rede nicht! Ich weiß, ob ich nicht aufsetzen. Was passiert? Vor allem, ich krieg's da. Oh, Leute! Ähm... Ey, gibt's doch nicht! Was ist hier los?! Das gibt's doch gar nicht! Doch, bei Left 4 Dead 2! Doch, bei Denning! Doch, beim Kegel! Ja, das stimmt! Hi! I'm on Speed! Mit welchen Ding? Witch! Ich höre eine Witch! Ja, schön, dass du mit Scher kommen! Hey, das ist echt nicht drin! Hey, Bitchy! Wo bist du? Hallo! Komm zu mir hier! Das hat mich jetzt gerade total gefahren. Hier gibt's Waffen! Oh, ist ne Witch! Oh! Oh! Hier kommen wir wieder hoch! Hallo! Na? Oh, was? Sorry! Äh, Leute! Ich muss kurz weg! Oh, nein! Guck mal hier da! Hinter dir! So, so! Ähm... Ja! Ich dachte eigentlich, dass, äh... wir erstmal hier ganz kurz stehen bleiben wollten, aber... Ja, ich hab aber ne Waffe gebraucht, weil... mein Kanadler war ja... Hört ihr auf, auf mich zu sch... Oh, ja, toll! Da komm ich grad nicht ran! Ich hab nicht dran! So, geht mal sterben hier, das wäre wunderbar! Ähm... Schocken! Oh! Okay, schon dann! So, mit mir auf die... Auf die... Etza! 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 Etza... So, es gab hier einen schönen Frame-Einbruch, das ist ganz toll! Das ist kein Teil, es ist deswegen nicht leid! Der mag nämlich nicht aufgenommen werden! Ich muss mich ganz kurz heilen, wartet mal! Entdeck mich! Niemals! Jetzt ist unsere Chance! Ah! Hey! Guter Schuss! Sodale! Wo ist das? Wehe! Wir haben unserer ... Buben! Die können ja auch mal die Straße irgendwie nicht in Ordnung bringen, mit den ganzen ... ... Unfällen und so, und das geht ja gar nicht! Au! Wir haben Jockey gesehen! Ah! Ja! Franzis! ich wusste du kommst ich wusste du kommst das ist auch eine tolle aussage warte 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 zack in die fresse ich sage nix ich sage nix so wollen wir jetzt mal einen kurzen schnitt machen wegen tino also also dass ich so gesagt die aufnahme zum kurz unterbreche weil ich nehme als einsatz auf ne jetzt nicht mehr tja ja mach mal gut alles klar wir sind dann gleich wieder da bis gleich so dann sind wir wieder zurück und ihr seht gerade wie tino und zero mit waffen spielen waffen sind keine spielzeuge außer in unseren händen waffen sind freunde kein vater ok so eh ich will kein witz haben die will ich auch nicht in meinen schatten ich bin kein kino hier hat die hier katte waffen waffen auch hier sind molotovs 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 der meint diese gewaltschutz brumm 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 achso ich hab aber noch einen auch Molotow, ich schmeiß den einfach irgendwo hin. Ich auch. Au, 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 au! Wir brennen! Das brennt, das brennt, die Feuerwehr, die rennt! Wo rennt sie hin? Weg! Fuck. Hey, wartet mal! Hauling! Dennis, rannt die! Ski, rannt Muni! Oh! Au. Hast du gesagt, es geht Rocket Jump? Nee. Ah! Ah, Hunter, Hunter, Hunter! Boah! Du wolltest nur wegmachen. Ja, warum geht die auf mich los? Au! Genau! Nein, wir lachen auch nur abends. Er lacht nur abends und in dem Augenblick fängt Bill an zu lachen. Kann halt lachen. Episch. Und schon wieder. Da sind Tabletten, die kannst du dir nehmen, ne? Nebenbei bemerkt. Ich hab Tabletten. Ich hab Tabletten! Oh oh! Da! Au, 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 au! Ich hab dich beschützt! Ich hab dich beschützt! Und wer beschützt mich? Lade nach! Ich muss immer alles alleine machen, ja! Ach so, hier oder? Gut, ich scher. Käf dich scher. Das hat weh! Lade nach! Ich find's cool, dass wir hier alle rumlaufen. Ja, ich find's auch toll, dass wir so gut als Team zusammenarbeiten können. Ja, ich warte auf! Das ist echt super! Hey Bill, verarmste dich! Warte mal! Warte mal! Ich wollte dich gerade heilen! Ich beschütze dich! Ey! Pass auf! Keine Gewalt hier! Hinter! Hinter! Hm. Vielleicht nicht, ob ich angreifen soll. Das ist jetzt der Hallo? Ja ne, wir haben schon wieder vorgeladen, bevor wir hinten waren. Ja genau! Wir warten gleich eine Sekunde von mir weg. Ja, schmeißt dir die ganze Zeit mit Granaten! Hier! Alter! Ich hab die Granat, wer auch mal ausprobiert. Ich hab irgendwo einen Boomer gehört. Ist doch ihn! Achtung! Tank! Oh! Oh! Ach! 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 Ich hab mich das rausgelegt! Dankeschön! Herr Zack. Warte doch auf mir! Hier geht's Waffen! Ach! Hier ist die beschüsse! Sie hier schon wieder, die haben ihn interessiert! Moment! Ich muss nichts aufstehen! Da geht's! Lasst doch mal den Zero in Ruhe! Danke! Hallo! Ich geh loben, hinten schonmal! Immer diese Gewalt! Ich nehm am besten alles mit! Ey, bist ganz schön gierig, ne? Zero. Natürlich! Ich nehme am besten alles mit! Druck keiner drauf hier in meine Fressel! Hallo, ich bin Adventure-Spieler, ich muss alles aufnehmen, was es gibt! Adventure-Spieler? Adventure! So! Ich bin Adventure-Spieler! Ein voll den Klick! Auf welchen Knopf müssen wir drücken? Auf dem, womit die Karre runterkommt. Ja! Ich bin bereit! Äh, ich bin bereit! Hol' den Lift runter! Oh Gott! Oh! Na? Sprang schon an! Buh! Jetzt geht's los! Hoffe ich doch! Äääääääääääääääääääääääääääääää! Ab! Hahaha! Wir ziehen ihn los mit ganz großen Tüten! Jetzt packen ihn! Einsal, glandsal! Ja, super! Ich lau ihn! Ah, ich werd von hinten angegriffen. Au, 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 au. Eier, 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 Eier. Ah! Ihr müsst das sagen, wenn hinter mir irgendwas ist. Bei dir ist was. Ah! Bei dir ist was. Ich halte euch irgendwie die Noten frei, wenn es klappt. Schießt ihr in den Walker. Nein, Hitler! Hötet den falschen Hitler. Leute, Synthies Kern mit dem Verarzt. Ich glaub, wir müssen das sogar noch einmal neu starten, das Teil. War das nicht so? Ich hab keine Ahnung. Ich hab keine Ahnung. Au, 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 au. Tank! Tank ihn! Hey, ich hab ihn natürlich nicht mit dem Molotov erwischt. Der war meiner Brude drin. NAH! Nicht genug! Bitte. Okay. Gleichfalls, gern geschehen. Das sollt ich grad machen. Egal. Okay, danke. Hörst du dich. Okay. Ja. Au, 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 au. Hey. Boah, was ich wollte hier, ne? Alter sagt, brauchst du eine Medikamente. Jo, der alter sagt, brauchst du eine Medikamente. Okay, hier. Okay. Ah, scheiße. Ich hab Besuch. Ich seh's, aber ich konnte das nichts machen. Einer muss hier oben bleiben. Ja, Moment, ich muss ja immer neue Munition holen. Am besten hier drin, bleib uns hier oben. Hier haben wir das geschützt. Bitte. Oh. Ähm, ähm, einer hierhin, einer hierhin, bitte. Ja. Ja. Ja, Gott. Ich muss mich eigentlich auch zwischendurch mal irgendwie heilen. Wir können es die fremden. Ich weiß nicht. Oh, ich weiß nicht. Ja, genau. Love, man. Oh, oh. Nein, nein, nein. Ah. Hallo. Ähm. Können wir mal bitte... Ja, danke. Super. Oh, Entschuldigung. Ich bin auf dem Weg. Ich bin auf dem Weg. Ja. Dafür ist jetzt keine Zeit los. Kannst du mal nicht heilen und dann wirst du hier von einem Jockey oder was weiß ich, was das Video war. Du wirst da angehört. Oh, war nach neben geschossen. Ey, glaub ich nicht. Dankos Tabletten. Erstmal... ...nehme ich jetzt das bisher. Das muss hier sein. Ich schmilit dich! So, komm hier! Ich schmilit. Ich sollte nicht hier drunter sein, wenn das Ding runterfährt. Oh, nein. Ich glaube, das könnte wehtun. Och, komm, ey! Komm, Steve! Komm, komm, komm! Wow! Wenn der Scheiße Feuer hat, ich fahre! Nein, da kann ich nicht da ein. Ich will wieder. Lieber. Wir brauchen ein Bein, um uns vorstarten zu können. Es sei denn, es ist Spaß, dass wir es nicht. Los steigt ein. Ja, ich darf nicht. Nein! Wow, das ist verschrecklich. So ein Panzer steht einfach mal so rum. Spontan, so in der Werkstatt. Die Überlebenden konnten fliehen. Yes! Nein! Und das hat jetzt... Ja, gute halbe Stunde gedauert. So, ja, 0 Stunden, 3,20 Minuten. Und dann neugierig, das 0. So, das ist ein 0. 0 mal, ich muss das 0. So, du brauchst die Verbande 0. Du brauchst die Schmächme, die 0. Sehr mal langweilig. 1. Wir brauchen Adrenalin, 2. Defibr-defibri-defis, nein. Defibr-defis, nein. Volokov, 2. Das ist angehört, dass wir so darfst, den so defibr-defis, defibr-defis. Nachkampf 27. Hans 2, 0. Huma, 1. Ich hab Smoker getötet, ahaha! Schmer 2, Jockeys, 4. Splitter, 0. Gewöhnliche 200 Blah. Schaden erlitten. Na, genau so, wie ich's wollte. Ich hab am wenigsten Schaden erlitten. Ha! Und den Boom-Badded. Ich hab mir nicht getroffen. Woohoo! Genau, ich kann ich erst gerne. Ich hab meist wiederbelebt. Kopfschüttchen! Ich hab fast die meisten beschützt. Ach komm, 6 Tomis hätten wir noch töten können. Ich hab die beste Genauigkeit. Bin ich gut. 12 Prozent, woohoo! 12 Kugeln von 100 Jahren getroffen. Seid's? Nein, 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 nein. 12 von 100 Kugeln. Wow. So. Gut, dann haben wir jetzt die Kampagne auch durch. Ah, je. Je. Es ging wirklich schneller, als ich dachte. Je, 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 je. Brrring! Warte, wir spielen uns jetzt 21.10. Wollen wir noch eine dranhängen? Waaah, 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 waaah. Ich hab dich lieb. Keine Antwort. Miep! Miep, 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 ich hab alle lieb. Außer Sinti, Little Zero und Kegel-Let's Play. Uuuuuh! Yeah! So, ähm, ja, darf ich jetzt mal bitte eine Antwort hören? Was war die Frage? Ich hab dich lieb. Jetzt warte ich noch, ich ziehe dich auch. Aufwarte ich. Ich hab dich auch lieb. Ja, ich hab wirklich sterben. Ja, ich hab dich lieb. Ja, ich hab dich lieb. Hey, Glesbier, du bist hier der Führer. Wenn du sagst ja, dann ja. Wenn nein, dann nein. Wenn knuff ich, dann knuff ich. Links, rechts einfallen lassen. Alles gleichzeitig geht nicht. So, ich werde jetzt nochmal ganz kurz dann die Aufnahme neu starten. Also, wir sehen uns dann gleich in der nächsten Kampagne. Bis gleich. Tschüss.